Manchmal passiert es, dass jemand zu uns sagt, hey, jetzt entspann dich doch mal und das ist manchmal wirklich sehr, sehr gut und vielleicht auch lieb gemeint, aber es kann total daneben gehen, wenn wir ein dysreguliertes Nervensystem haben und nicht in der Lage sind, auf Knopfdruck zu entspannen. Und in diesem Video teile ich mit dir, warum es nichts bringt, uns zum Entspannen zu zwingen und wie wir den richtigen, wirklich authentischen Weg in die Entspannung wiederfinden können. Ja, hey du, falls du ganz neu hier bist, mein Name ist Lea Hamann und auf meinem YouTube-Kanal geht es darum, die alten Trauma-Berge zum Schmelzen zu bringen, damit wir wieder unbeschwert lebendig werden können. Und ja, als Menschen ist es tatsächlich so, wir alle brauchen Ruhe und Entspannung. Die Gesundheit von unserem Körper hängt auch zum großen Teil davon ab, dass die zwei Zweige unseres Nervensystems, das sympathische und parasympathische Nervensystem harmonisch zusammenarbeiten. Ihr könnt euch das vorstellen wie auf einer Wippe, wo immer mal das eine Nervensystem am Zug ist und dann das andere. Und um Gesundheit zu entwickeln, zu fördern, brauchen wir dieses harmonische Hin und Her und Auf und Ab. Die zwei Zweige dieses autonomen Nervensystems, die haben nämlich ganz unterschiedliche Aufgaben und unser Körper braucht beides. Das sympathische Nervensystem hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun oder so, sondern das macht uns wach, macht uns bereit für Aktion und Bewegung. Das bringt uns in den Fokus, ins Tun, ins Handeln, in die Bewegung. Das parasympathische Nervensystem kannst du dir vorstellen, so dieses auf dem Sofa sitzen, zur Ruhe kommen, schlafen, verdauen, Selbstheilung, Regeneration des Körpers. All diese wundervollen Dinge werden durch das parasympathische Nervensystem begünstigt und ermöglicht. Und es ist manchmal eine riesige Frustration, wenn wir feststellen, ich kann mich nicht ausruhen. Ich versuche es zwar, aber es klappt nicht so wirklich. Ich habe ganz viele Jahre wirklich darunter gelitten, dass ich zwar leicht in die Aktivität kam, also ins Tun, in die Bewegung, in die Action, aber ich kam auf der anderen Seite überhaupt nicht gut in die Ruhe. Ich war dann meistens so lange aktiv, bis ich irgendwann zusammengebrochen bin, was natürlich jetzt nicht so besonders vorteilhaft ist für die eigene Gesundheit und auch für das eigene innere Wohlbefinden. Und für mich war sogar lange Zeit die Mittagspause, die ich heute sehr liebe und wo ich ein gutes Verhältnis dazu habe. Aber meine Mittagspause war lange Zeit nicht eine wirkliche Pause, sondern ich habe meine Aktion und meine Geschäftigkeit einfach nur in einen anderen Raum verlegt. Und wenn der Matthias, mein Mann, mich dann nach der Mittagspause so ganz lieb gefragt hat, na, hast du dich schön ausgeruht? Dann kam da manchmal bei mir eine richtige Wut zum Vorschein. So nach dem Motto, nein, ich habe mich nicht ausgeruht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann das überhaupt nicht. Und er hat einfach vorausgesetzt, ausruhen, das kann doch jeder. Das ist ja was so Angenehmes und was so Schönes und so Natürliches. Es gibt doch nichts Einfacheres, als sich auszuruhen. Und für mich war das überhaupt nicht so, weil ich hatte in meinem parasympathischen Nervensystem jede Menge Hindernisse. Unser parasympathisches Nervensystem muss nämlich in der Kindheit erst lernen, wie man sich ausruht. Dieser Weg in die Ruhe, der wird in der frühen Kindheit nämlich erst geprägt. Und es gibt Heilsames, was uns dabei unterstützt, Körperkontakt, Nähe, gewiegt werden, im Tragetuch einschlafen dürfen, merken, dass auch während ich schlafe immer jemand da ist. Und das sind alles Dinge, die unser parasympathisches Nervensystem trainieren und einen ruhigen, liebevollen, angenehmen Weg in die Ruhe bahnen für uns. Eine Straße in die Ruhe bauen. Es gibt aber auch ganz belastende Erfahrungen, die unser parasympathisches Nervensystem prägen und auch dysregulieren können. Und zwar, wenn wir viel zu früh gezwungen wurden, alleine einzuschlafen, wenn wir vielleicht sogar als Baby längere Zeit schreien gelassen wurden, wenn wir erlebt haben, dass sobald ich einschlafe, werde ich weggelegt, werde ich isoliert, komme ich in ein eigenes Zimmer. Und wir haben dann gemerkt, der Schlaf ist im Grunde Einsamkeit oder Bindungsbruch, Kontaktabbruch zu den Menschen, die ich ja als kleines Wesen so dringend brauche. Oder wenn wir mal erlebt haben, wir werden immer sehr unsanft aus dem Schlaf gerissen oder es gab irgendwie in der Familie nachts oder abends irgendwelche Vorfälle, wo die Eltern vielleicht laut geschrien haben oder so und wir aus dem Schlaf geschreckt sind und wir einfach gemerkt haben, es ist nicht sicher genug. Um wirklich friedlich und tief und entspannt zu schlafen. Was bei mir auch sich mit auf das parasympathische Nervensystem traumatisch draufgelegt hat, war einfach so eine Art Operationstrauma durch eine Vollnarkose, durch eine Operation, die ich als Kind erlebt habe, wo ich mit ganz viel Kampf und Geschrei und Ablehnung, auch Auflehnung in die Narkose förmlich reingezwungen wurde. Und dann einfach so eine Prägung da war, dass dieses Einschlafen, das ist was Gewaltvolles, was einem aufgezwungen wird und man kämpft und man kämpft dagegen an. Aber es ist die Medikamente, die Vollnarkose, die zieht einen irgendwie darunter. Und das hat sich bei mir zu so einem ganz unguten Knäuel zusammengeknäuelt, was dann dazu geführt hat, dass Ruhe für mich nicht, oh ja, endlich Ruhe, sondern, oh nein, das ist gefährlich, in meinem Nervensystem hinterlegt war. So, und was kann man jetzt tun? Was habe ich unternommen, um mir die Ruhe wieder zurück zu erobern, um damit auch meine Gesundheit zu fördern und meinem Körper ein tieferes Gleichgewicht zu ermöglichen? Ich habe begonnen, den Weg in die Ruhe wieder so zu lernen, wie ein Baby den lernen würde. Das heißt, ich habe nicht mich hingesetzt und gesagt, so, Lea, jetzt ruh dich mal aus, um wieder und wieder in dieselbe Frustration zu verfallen, weil ich es nicht kann oder weil diese Panik davor da ist, sondern ich habe angefangen, mich umzuschauen nach äußeren und inneren Helfern, die bereits in der Ruhe sind. Kleine Kinder lernen die Ruhe nämlich über Co-Regulation. Das heißt, sie sind zum Beispiel im Körperkontakt mit der Mama oder der Oma oder irgendeinem liebevollen erwachsenen Wesen, was sie hält und wiegt und trägt. Und dieser erwachsene Körper weist den Weg in die Ruhe, geht den Weg in die Ruhe und das Baby geht sozusagen huckepack einfach nur mit. Das heißt, ich habe angefangen, mit inneren Helfern zu meditieren, mich mit ihnen zu verbinden, die für mich diese Ruhe ausgestrahlt haben. Das ist natürlich für jeden anders. Ich habe für mich die Krafttiere entdeckt, die Bärenmama, die gemütlich in ihrer Höhle liegt und dann habe ich mir vorgestellt, ich kann mich ja dazu kuscheln und an sie drücken und die Bärenmama schläft und ach ja, ich lasse mich da einfach davon tragen oder ach, ich kann ja eine Seelenmama haben oder eine ideale Mama, die mich im Tragetuch jetzt hin und her wiegt und da lasse ich mich reinsinken. Was auch immer, ich hatte auch mal das Gefühl, ach, wie schön das wäre, wenn man so in einem Indianerzelt wäre, wo alle zusammen sind und niemand alleine schlafen muss und da ist jemand, der das Feuer bewacht und da sind Leute, die schlafen und vielleicht sogar, man hört die Geräusche, es ist was da, draußen ist die Natur, die Nacht, es ist irgendwie alles so heimelig und geborgen. Das waren für mich so, ich merke, wenn ich rede, diesen Entspannungseffekt, der mir so die Wirbelsäule runterläuft. Ja und das ist sehr individuell, das kann sein, dass die Beispiele, die ich genannt habe, bei dir auf Widerstand stoßen und du musst ein bisschen gucken, was sind so gemütliche, geborgene Sachen. Es gibt auch Leute, die schauen sich Tiervideos an, wie so kleine Kätzchen schlafen oder andere Sachen, wo du merkst, ach ja, ich kann mich an den Felsen anlehnen oder ich habe eine Höhle irgendwo in der Erde, da kann ich mich zurückziehen, da fühle ich mich sicher. Da ist es nicht so sehr, was du findest, sondern es geht immer nur darum, ist es für dich beruhigend und kannst du dich da anlehnen und mit reinbegeben und einen Moment, diese Korregulation entstehen lassen, dass die Ruhe von jemand anderem dich in deine Ruhe hineinträgt. Und manchmal erleben wir dann ja Ruhe in unserem eigenen Körper, wo wir alleine gar nicht hingekommen wären. Was ich auch wichtig finde, beim Üben in die Ruhe zu kommen, ist, dass wir das am Anfang sehr kurz halten, also so kurze Momente, ein paar Minuten vielleicht, am besten auch tagsüber üben, da ist es nicht ganz so bedrohlich und dein Nervensystem denkt nicht, die will mich jetzt schlafen legen, sondern es ist Licht da und du kannst dann einfach das für einen kurzen Moment üben und dann wieder eine Pause machen, dich auch ruhig bewegen, wieder, wir sind wieder da, wir sind wieder wach, alles klar, es ist nichts Schlimmes passiert. Und im Lauf der Zeit, wenn wir das immer weiter üben, bei jeder Übung lernt, das parasympathische Nervensystem, oh, Moment mal, das kann auch angenehm sein, das kann auch liebevoll sein, ich kann mich wohlfühlen dabei und da baust du nach und nach einen neuen Weg in die Ruhe. Und für mich, ich habe dann im Lauf der Jahre wirklich gemerkt, wie toll das ist, dass ich heute nach der Mittagspause Matthias sagen kann, oh ja, ich habe mich total schön ausgeruht oder vielleicht sogar manchmal, wenn er sich nicht ausruhen konnte, kann ich mich ausruhen, weil ich mittlerweile diesen Weg in die Ruhe für mich sozusagen nach und nach nachgebastelt habe und ja, entwickelt habe. So, und jetzt die Frage des Tages, bist du schon mal wütend geworden, wenn dir jemand gesagt hat, jetzt entspann dich mal, jetzt ruh dich doch einfach mal aus, kennst du diese Situation und vielleicht magst du berichten und einen Kommentar hinterlassen. So, und wenn du magst und merkst, oh ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, dann habe ich eine ganz praktische Übung, eine Anleitung für dich, eine geführte, körperorientierte Meditation zum Anlehnen und Ruhe finden. Und da üben wir nämlich genau das, dieses, ich lehne mich irgendwo an bei jemandem, der schon in der Ruhe ist und lasse mich dann so langsam reinschaukeln in meine eigene Ruhe. Und wenn du Lust hast, kannst du mal klicken, das ist das nächste Video, was jetzt gleich angezeigt wird und kannst es ausprobieren oder dir das Video für einen späteren Zeitpunkt, für deine nächste Mittagspause oder so reservieren und einfach mal ausprobieren. Entwickeln tut sich das Ganze, wenn wir das regelmäßig üben. Gerade beim Nervensystem, die regelmäßige Übung schafft mit der Zeit eine neue Prägung. Dann alles Liebe für dich und vielleicht sehen wir uns gleich in der geführten Meditation. Bis gleich. Bis gleich.